ja hallo wieder willkommen zum neuen video aus der werkstatt und ihr seht wir sind immer noch an der reparatur von dem peugeot tweet dran die beiden geschweißten und gefieber glasen und gespachtelten karosserie teile also dieses und diese seitenleisten der kotflügel sind jetzt getrocknet ich habe das jetzt mal außen mal angeschliffen beim kotflügel kann sein dass es reicht bei ihm hier bin mir relativ sicher muss man noch mal ein bisschen spachteln der kotflügel ist man das sieht man auf der kamera natürlich nicht richtig aber hier der kotflügel das ist schön glatt wenn man darüber fährt das teil hier naja man sieht auch da ist vom schleifen relativ viel spachtel stehen geblieben also hier sind ziemliche vertiefungen gottiert der das teil war ja auch ziemlich übel beieinander was ich jetzt machen werde ich werde jetzt beide teile sauber machen und einmal deswegen es läuft auch der heizlüfter schon um diese teile ein bisschen anzuwärmen und das mal noch mal herlegen und was jetzt machen werde ich werde die teile jetzt sauber machen und werde dann hergehen und einmal die gespachtelten stellen so ganz bisschen mit grundierung ansprayen weil dann sieht man nämlich besser wo man noch mal beigehen muss das lassen wir jetzt einfach mal liegen und trocknen aber man sieht es jetzt schon dass da gerade hier am kotflügel lassen und eine schöne stelle was deutlich sieht dass da so diese stellen wo ich reingebohrt habe um die risse zu stoppen da muss man noch ein bisschen bei spachteln und solche sachen und das sieht man eben deutlich besser wenn ein preimer drauf ist weil auf dem abgeschliffenen sieht man sich gescheit aber gut das lassen wir erst mal trocknen dank dem heizlüfter sollte das relativ fix gehen in der zwischenzeit schauen wir uns mal die technik von dem roller noch mal an und primär ist da ja jetzt noch das lenkkopf lager und der lenker zu machen weil der lenker der ist ja schräg und ich würde jetzt ganz gerne den lenker noch komplett strippen das heißt also auch die die tachoverkleidung alles noch weg machen so vernünftig arbeiten können und dass man dann einfach noch mal gucken was man dann da jetzt noch alles finden weil den lenker jetzt auch mal ganz abbauen von der gabel und die idee für das lenkkopflager ist ich werde das lenkkopflager mal erst mal nur lockern dass man so ein stück weit rausziehen kann weil dann kann man sich die lagerschalen und die kugeln mal angucken eventuell kommen war davon mit neu einstellen vielleicht brauchen wir neues ich habe sicherheit haben wir neues besorgt aber das sehen wir jetzt schon und wenn man sich das jetzt hier anguckt sieht man dass der lenker ist eben tatsächlich nur mit einer mit einer schraube befestigt wenn man jetzt mal schaut man jetzt mal die gabel so drehen dass sie gerade ist ich weiß nicht ob man es auf dem video raus sieht aber dann sieht man dass der lenker ein bisschen seitlich orientiert ist zwar leicht nach links erstmal schauen wie viel spiel wir dann da drin haben wir mal diese schraube lösen das ist mal das nächste kabel sind weg die bremsen lassen wir mal dran weil ich werde den lenker nicht komplett wegnehmen den lassen wir einfach nur runter hängen das sollte eigentlich genügen erstaunlicherweise war das lenkkopflager völlig in ordnung also bei 40.000 kilometer mit dem hoferroller respekt das ist okay habe das jetzt einfach ordentlich sauber gemacht ordentlich gefettet das alte fett völlig verhärtet waren jetzt läuft das lenkkopflager wieder richtig schön so wie es sein soll ohne rastpunkte ohne spiel schön leicht von endpunkt zu endpunkt so wie sie es gehört setzt sich dann noch ein bisschen dann ist das wieder richtig schick dann kann sie noch mal 40.000 kilometer fahren damit der lenker ist mal so provisorisch wieder drauf gesteckt und die karosserie teile hier die habe ich jetzt an den stellen noch mal ein bisschen nachgespachtelt jetzt hat man schön gesehen wo es nötig war eben einfach so diese kleinen stellen noch mal ausgeschmiert somit trocknen lassen dann kann man das dann auch noch mal schleifen und dann sollten die eigentlich soweit sein dass man sie lackieren können dass man es gerade noch so schaffen bevor es ja ich wiederhole mich bevor es endgültig zu kalt wird und das hatte ich ja neulich schon gesagt wir müssen uns hier unten am chassis mal diese roststelle angucken das ist nicht durch aber man sieht halt dass ich da die pulverbeschichtung abgepellt hat da müssen wir jetzt mal hier die bodenwanne noch abnehmen und dann können wir unten das entrosten und dann da auch da der roller im winter gefahren wird wenn man dem jetzt dann eben auch mal ein bisschen rostschutz konservierung zukommen lassen das ist eben die stelle das schaut schlimmer aus als es ist das ist nur oberflächlich das hatte ja sogar schon mal bei dem einen video mal jemand die kommentare geschrieben hier vorne ist ein bisschen was dass die ein bisschen dazu neigen würden hier unten zu rosten aber ich sag mal so für dass die laufleistung und die nutzung von dem roller halte ich das für völlig okay das machen wir jetzt ein bisschen sauber da machen wir dann ein bisschen rostumwandler drauf und das nächste mal ein bisschen zink spray und ein bisschen so schutzmittel ich nehme mir da immer ganz gerne so eine kombination das seil fett und hohlraum wachs ja dann ist da wieder ruhe das alles nicht so dramatisch ich habe jetzt die ganzen roststellen eben mal sauber gemacht mit rostumwandler behandelt und wenn man sieht ich habe jetzt auch noch den tank und das federbein rausgenommen aber dass man das hier oben im heck wo es nicht ganz so dramatisch aber wenn man schon dabei sind machen wir es gleich auch hier mal denn dieses abdeckblech unter dem sitzbankschloss rausgenommen dann kann man das sitzbankschloss anschließend noch ordentlich fetten und hier drin auch ordentlich versiegeln und alles und dann wird das aber auch das muss es erst mal trocknen und deswegen ist jetzt für heute erst mal wieder baustopp ich habe die teile jetzt noch mal angeschliffen jetzt müsste es dann eigentlich passen jetzt kriegen sie noch mal eine schicht grundierung und danach dann neue deckfarbe also neuen schwarzen lack hier oben da sieht man es wenigstens schön unten kann man nicht hinschauen hier sieht man dass der rostumwandler der hat auch angezogen das heißt die stellen werde ich jetzt dann auch ein bisschen ausspritzen bzw anstreichen in dem falle mit schwarzer farbe und dann können wir den rahmen während das andere dann trocknet die notwendige rostschutz versiegelung zukommen lassen das war vielleicht doch nicht ganz so zeitnah endgültig zusammenrostet weil ich meine klar die zeit tickt ich meine nichts ist für die ewigkeit auch keine mopeds aber ich glaube schon dass dieser roller noch etliche jährchen vor sich hat und wir fangen mal jetzt mal an mit einer innen hohlraum versiegelung von dem rahmen mit fluid film das heißt das zeug stellen wir jetzt mal ein bisschen ins heiße wasser dass es ordentlich auf temperatur kommt dass ich auch gescheit verarbeiten lässt und ich habe jetzt mal geschaut also man kommt hier durch dieses loch in den rahmen rein dann hier unten wo normalerweise der schlauch für die variomatik kühlung angeschlossen wird kommt man rein und dann natürlich wie bei den meisten rollern hier oben durch die rahmen enden die sind zwar hier so ein bisschen nach innen gebogen bei ihm aber es macht nichts und hier in die dinger hier das ist zwar nur kabelführung hier für den bautenzug von der sitzbankentriegelung aber da doch mal ein bisschen was rein und dann müssten wir eigentlich dafür gesagt haben dass das ordentlich versiegelt ist also die großen rohre haben jetzt ihren schutz aber ich habe jetzt festgestellt hier in den unteren bereich da komme ich mit meiner druckluft sonde nicht rein weil ich hier nicht um die ecke komme und was ich jetzt gemacht habe ist nicht ideal ich habe jetzt die beiden hauptrohre und diese beiden querrohre jeweils angebohrt dann kann man nämlich mit der kleinen mit dieser spray dosen sonde da reingehen also mit diesem ding hier weil damit kommt man da nämlich dann schön um die ecke und ich meine natürlich ist in den rahmenbohren nicht ideal aber ich behaupte mal dass diese löcher hier weniger schaden anrichten als wenn die rohre durchgerostet sind deswegen schützen wasser so dass man sieht es jetzt auch schön wenn ich jetzt da rein spraye kommt es da drüben aus der offenen stelle an der schweißnaht wieder raus das ist genau das was man haben will wir wollen den rahmen der wirklich fluten mit dem zeug gut da ist jetzt ungefähr ein halber liter permafilm und nochmal ein halber liter wachs in auf dem rahmen und hier unten den ganz besonders gefährdeten bereich habe ich mir im permafilm eingepinselt das mit dem ganz guten mit dem dicken zeug was dann auch ein bisschen fest wird und dann eben auch da bleibt bodenwaren ist wieder dran das muss jetzt natürlich trocknen warm packen kann man den rolle jetzt erst mal nicht einzige was ich jetzt noch machen werde ist hinten dass das sitzbank schloss wieder einbauen dass man da dieses abdeckblech wieder dran machen kann dann kann ich auch das federbein wieder rein gut das heck ist auch wieder soweit beieinander federbein ist drin tank drin angeschlossen das muss man eigentlich einfach nur trocknen lassen das heißt in der zwischenzeit können wir uns mal der lackierung von den beiden noch ausstehenden karosseritalen zuwenden die seitenleiste habe ich jetzt tatsächlich direkt schwarz lackiert den kotflügel dem habe ich jetzt in dem bereich der hinterher voll im sichtfeld liegt noch mal mit dickschicht dreimal angesprayt da gehen wir dann noch mal mit ultra feinem schleifpapier drüber weil kotflügel ist so ein teil das so gut wie möglich werden muss denn man bitte das wird keine perfekte lackierung das wird eine ich sage jetzt mal okay garagen lackierung mehr wird das nicht mehr ist mit meinen mitteln nicht möglich und auch nicht mit meinen fähigkeiten ich bin kein lackierer das ist auch was ich mache das äußerst ungern das macht mir kann nicht wirklich freude es ist notwendig manchmal aber wirklich freude macht mir nicht aber naja gut wir müssen es jetzt halt in solchen fällen also mal machen und deswegen macht was es geht jetzt einfach wirklich darum diesen roller ja es gibt diesen grausigen berift der zeitwert gerechten instandsetzungen ist das was wir gerade machen aber es ist okay der soll noch ein paar jahre fahren und das wird er tun und das ohne utopisch viel geld ausgegeben zu haben was ja auch wert für sich ist aber jetzt mal soweit sinnvoll ist die ganze vergleichungsteile wieder dran gemacht hier die oberflächliche schramme ein bisschen bei lackiert aber jetzt müssen wir hier am seitenteil das geht eben schöner wenn es am roller ist die reste von dem tweet schriftzug noch entfernen und hier den peugeot machen wir weg und dann das hier das ist nur oberflächliche kratzer also das ist nicht wirklich tief das kann man am roller einfach ein bisschen mit ganz feinem schleifpapier bei schleifen und lackieren dann sieht das auch wieder ordentlich aus weil wenn man sich anguckt der ganze roller ist voll mit mikrokratzern und spuren wenn man das jetzt perfekt macht das sticht raus also wo die grenze ziehen wie gesagt soll kein neufahrzeug werden wie ich vorhin schon gesagt habe zeitwert gerecht aber halt trotzdem ordentlich genau ich habe das jetzt eben angeschliffen 600er nasspapier und das da mal jetzt am fahrzeug einfach ein bisschen bei spritzen dann sollte sich das eigentlich wenn man anschließend poliert wunderbar insgesamt bild einfügen und der kotflügel ist das gleiche gekriegt 1200er papier nassschliff und schwarze farbe drauf dass man das auch noch ein bisschen antrocknen kriegt eine zweite schicht ja dann warten wir mal zwei drei tage dass das ganze zeug trocken ist wir haben jetzt im video mal ein zeitsprung von ein paar tagen weil ich muss das ja alles ordentlich trocknen lassen und ihr seht ich habe den roller jetzt vorne mal wieder so weit beieinander die gabel holme wieder rein bremse tachowelle angeschlossene kursflügel ist drin und weiter bauen wir jetzt mal nicht zusammen weil ich würde es ganz gerne mal in diesem zustand mit dem roller fahren und zwar einfach um zu gucken ob der lenker wieder gerade steht ich bin mir da nämlich nicht hundertprozentig sicher aber das haben wir dann gleich schon sehen mein klar schwindigkeitsmessung jetzt irgendwelche bedienelemente testen kann man jetzt nichts dran aber eigentlich müsste man ihn batterie hat er eigentlich müsste man ihn jetzt beim kickstarter anlassen können probieren wir jetzt einfach mal aus probieren wir es mal zündung an schauen wir einfach mal wer sagt es dann geht doch lassen wir mal eine halbe minute warm laufen und dann fahren wir mal runter der lenker ist gerade er zieht nicht nach rechts er zieht nicht nach links läuft wunderbar gerade aus ja ich würde sagen das war erfolgreich fahren wir zurück in die werkstatt und bauen das ding ordentlich zusammen weil so kann er nicht bleiben auch wenn der naked bike look schon irgendwie cool ist nun ja die probefahrt neulich war er ganz erfolgreich ich habe jetzt in der zwischenzeit noch neue griffkubis montiert habe die lenkerverkleidung wieder angebracht außerdem hat er jetzt so custom schriftzüge gekriegt mit dem projektnamen und jetzt eigentlich müsste man jetzt bloß wieder die font komplettieren das heißt den scheinwerfer und die frontmaske montieren aber vorher haben wir noch eine kleine nachrüstung ausführen und zwar möchte die besitzerin von dem roller schon länger eine ladessteckdose dran haben und die machen wir jetzt dran weil wir jetzt schon dabei sind können wir das ja mal machen und meine idee wäre jetzt folgende ein guter platz auch dass man während der fahrt das handy laden kann wir hier in diesem bereich ja weil so ist das eigentlich nur toter raum und da könnte man es nutzen wenn wir jetzt von vorne da reingucken da ist dahinter das ist alles hohl das ist nur nur ein leerer erholraum da ist nichts wenn wir mal gucken wie wir das hinkriegen dass wir die da montiert bekommen und vor allem auch mit der stromversorgung ich würde es gerne auf klemmer 15 geben so auf geschaltetes plus und da sind hier die kontakte fürs bremslicht sind eine der besten möglichkeiten wahrscheinlich schauen wir mal jetzt haben wir genau hier haben wir haben wir strom das hat man mal die zündung aus zündung aus genau das ist weg das heißt dieser hier der hier ist geschaltetes plus auf den können wir drauf gehen bis oben ein draht eingelötet das wird es dann meine zuleitung für die steckdose aber jetzt müssen wir auch wenn das weh tut hier ein loch einbohren und da diese steckdose eigentlich für ein motorrad vorgesehen ist hat hier so ein halter für ein rohrlenker dabei und das ist natürlich eine super schablone kann man das hier wunderbar anzeichnen und dann eben mit einem passenden bohrer dann eben da noch bohren und ideal dafür ist hier so ein stufenbohrer und jetzt gucken dann ist 26 der der als letzter nicht durchpasst du weißt der 28er der erste der durch der nicht durchpasst so ist richtig der 26er durchpasst das heißt wir müssen 28er loch bohren dann passt und nun ja ein loch in tweet die bohren tut natürlich schon weh aber passt wunderbar bloß noch anschrauben und verkabeln und hier vorne drin ist eben wie gesagt jede menge platz überhaupt kein problem passt da perfekt hin und masse holen wir uns direkt hier vorne vom gehäuse und spannungsregler eingebaut ist es probieren wir es dann einfach mal aus ob das auch funktioniert das ding schauen wir mal prüflampe ich habe es allerdings zum ansteckern jetzt geht es nicht die zündung ein einhändig schwierig aber es leuchtet das lampen besser geht es nicht wunderbar gut so weit ist der roller wieder beieinander da sieht auch wieder richtig gut aus von dem direkten vergleich zu vorher aber eine sache haben wir noch die mit dem unfall zu tun hat und zwar hat die besitzerin der normalen topcase auf dem roller und man sieht das topcase hat bei dem unfall komplett runter gefetzt einer von diesen halteklammern ist noch da komplett verbogen und hier fehlt ein stück von der montageplatte da müssen wir uns jetzt noch was ausdenken über das wieder montiert kriegen das ist die wiederverwendete klammer die beiden anderen sind welche die ich noch hatte jetzt ist es wieder ordentlich fest an der koffer wieder drauf keine große sache aber muss halt auch gemacht werden und nun ja jetzt sind wir fertig also noch zwei neue spiegel gekriegt alles wieder beieinander kann er zurück zu seiner besitzerin auf hoffentlich noch sehr viele schöne unfallfreie kilometer weil man kann diesem roller an sich bisher nur sehr gute noten ausstellen er läuft sehr schön das extrem zuverlässig ist auch der grund warum wir diese unfallinstandsitzung jetzt überhaupt gemacht haben weil das war eigentlich in wirtschaftlicher total schaden vom wirtschaftlichen her hätte eigentlich nicht rotpresse gehört aber dieses schicksal ist ihm erspart geblieben er ist wieder beieinander das heißt zurück auf der straße mit tweety dann habe ich hier in der werkstatt wieder platz für neue arbeiten neue projekte jetzt dann vom winter natürlich hauptsächlich meine sachen obwohl es demnächst hier auf dem kanal so viel sei schon mal verraten dass ich auch mal ein wiedersehen mit einem alten bekannten geben wird immer gespannt was er dazu sagt auf jeden fall ich wünsche euch und in diesem fall auch ganz besonders der besitzerin von diesem tweet hier gute unfallfreie fahrt und bis zum nächsten mal tschüss